Hallo, ich bin schon wieder in der Zeit. Ach guck mal, eine zweite steht da sogar. Nee, da stand sogar eine zweite. Spielmacher, Spielmacher. Butterfliehentorhüter. Ich bin ja nachher mal gespannt, wie das im vierten Spiel dann läuft, bei den Vodafone-Läuts. Ja, hoffentlich. Keiner will es jetzt nochmal einen anderen Tag aufzumachen. Wie sieht es denn so sonntags aus bei allen Anwesenden? Man darf vielleicht gucken, dass man dann ein Spiel macht. Okay, ja, dann ist Montag, äh, morgen damit. Stefan, bei dir? Nico? Ach, du mit deinem Scheiß vorne eins, ja auch zu sehen. Oh. Wolfgang. Wie geht's denn? Dansk? Das ist das, was? Toll, du mit der Beine anwesendet hast. Ich meine, wie ich das so sehr selbst westenlande... Das ist ein W tires, Mann. Das ist ein W enkel. Ich weiß, was der Beine anwesendet ist. Du mit der Beine anwesendet... Das ist toll. Du mit der Beine anwesendet du hast. Und du mit der Beine anwesendet ist. Du bist! Du bist! Du bist! Die sind aber sehr offensiv gehen hier. Ach komm, schade. Ach komm, schade. Ach. Die Junge ist ja da. Ach komm, ey. Ach komm, schade. 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 Ach komm. Ach. und in Pitching this one to step on I stand up And the pickup Trying to go to Bergdorf, that puck is loose, no luck getting through that Das ist ein Puck hinter der Nacken. Und angelt zu Daliwal. Es geht. Sticks save. Das ist ein Puck. Das ist ein Puck. In der finalen Minute. Das Kurset Goals in der finalen Minute. Will wir sehen hier? Das ist ein Puck. Puck ist thrown to Stepan. Gains the zone. He's alone. Direkting that one to Bergdorf. First period has come to a close. Don't know about you, but I've got a lot of ink left here. Few entries. No goals on that scorecard. When the whole team wins, you win $10 off at Wombs. When the whole team wins, bring your tickets to Holtby's enormous save has kept his team in it. We have ended the period and he gets a rest. And so do we as we had to break. le Dennis Holtby's barbarians. ταν.com. ... ... ... Das war's. Was, das Ding schon wieder frei rumliegt ey. Was, das Ding schon wieder frei. Ach komm. Ja jetzt, ach das ist doch nicht wahr. Ja. Schön. Nein. Interferenz. Als ob. Also das ist ja, ach und dann auch noch drin. Okay. Okay. Puh. Junge. Hahaha. Der Junge der jongliert erstmal rum eine Weile mit dem Punkt alter. Der Junge der. Guck. Guck. Ja. 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 Da können wir drei Kreuze machen im Kalender. Hab ich doch die ganze Zeit. Ja. Das ist ja Play of the month. Ja. 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 Und wieder. Nee. Diesmal draußen. Okay. Ja, ich dachte, er hat das Gefühl, dass er die Tröne ist. Gut, 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 gut. Schöne, gut, 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 gut. das ist Solid clean wind Snapping a pass to Simon and now it's directed to step on Because you want Germany's carrying it in their own name keeps it going up the way Got it right back the pass is off the mark what a chance that would have been simple play made well strong defense Och Leckes mich am es Kommt klar Bille? Ja Ha 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 Na ja, irgendwie wollte er ihn nicht annehmen Er war wie ne heiße Kartoffel irgendwie Er war wie ne heiße Kartoffel irgendwie Ne ne, das ist wie als wenn du ne heiße Kartoffel in der Hand hattest Schön Mein letzter Und der Puck ist grabbar Daliwal Head up as he carries it in his own end Into the attacking end Great stick work prevents the pass from being complete Oh, das ist ein solid hit He is gonna be thinking twice about the end of this game das gibt es doch nicht aufgrund von das ist das ist das wo will denn da eigentlich mein Keeper hin und dann lockt er von dir ab ins Tor oder was Ich weiß nicht, ob du ohne Kopf nimmst, ich hab keine Ahnung, ich blubte Doppelkopf an. Ja, wo mein Torwart dahin will? Ich stehe auf der kurzen, drücke R2 halt runter. So wird schon da rüber, durch den Schuss. Immer eine scheiße Tore, also richtig. Nein, vernünftige Tore ist nicht. Ja, weil... Doppelt abgefälscht, was? Muss man aber auch sagen. Und da... Ja, du hast den Kopf genommen. Na, guck mal, wo meiner dahin berutscht. Ha, bei immer. Na, ist die eine Birne, aber ne, Ball hat man schon da drin. Wenn man auf der kurzen Sitz passiert, was nicht. Nicht da rechts. Ne! Ja, komm, das kannst doch keiner zählen, ey. Weil, wo, wo ist denn da ne Lücke? Ach man, ja, braucht doch... Seit wann kriegt denn, seit wann kriegt denn ein Torhüter ein Penalty-Mey, sowas? Das Spiel will mich doch schon wieder komplett verarschen, ey. Was? Töne... Das ist das, was... Ja... Ach man, ja. Ich... Ja. Ich muss da mal zurück. Ja. Ich muss da noch nicht wegnehmen. Die Panthers über den Zentrum. Ja. Ich muss da hinten wegnehmen. Ja. Hey, machen wir mal ein bisschen öfter hinten. Ah, meiner braucht doch nur vor dem 2 zu 2 das Ding da annehmen, anstatt vorbeizufahren. Ich weiß immer noch nicht, warum es Penalty gab. Ich verstehe immer noch nicht, wo da die Lücke war beim Slapshotel. Er hat es nach deep. Back to the point. Masterful save of an overwhelming one-time shot. Puck collected by Schlemko. Directing that one to Simon. Stefan's got to try to simplify his game there. Just too much dick handling. Laid on to Simon. Pass, Cuck, strong play. It's almost like these teams are mirror images of each other. There's no room on the ice. Nobody has been able to spread out the play. The glove like lightning. Good face-off win. Broke it up well with the poke check. Great glove save. Oh, if you're a shooter, you don't want to see the goaltender flash his glove like that. A little over six minutes remaining here in the third. A hockey game is a game of lead changes. This one now is even. Pass attempt to Simon. And now it's directed to Braun. Snapping a pass to Simon. Puck loose. Couldn't get through. Loose puck blocked off by Dollywall. A round to the corner. A shot. That shot hit a man. The Panthers lug that along up the wing. Loose puck captured by Braun. The Iceman's got it in their own end, hoping for center. And it's a good pickup. Ach, come on. A long pass ahead and it's right on the money. He's got a chance. And he missed the net. See if the momentum turns after that missed opportunity late again. Possession seized by Dollywall. Good job. Good job with the Pochette. Germany's in their own end and has possession. Gets in. What'll he do? Good center. Ja. Ja, man. Der Ball klar. Ja. Alles klar. Alter. Da geht ja schon wieder die Pumpe. Da und da. Bäh. ich kann ja wieder ein zweiter spiel werden hier Auf geht's. Ach! 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 Bick! Ach! 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 nee der 13er da der schwarze ich bin nicht alle schwarz da der da da der da Leck beauty passt da rein der Lenkruppe schuldig 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 ja der ist weiß die so weiss hier im Team der Quotenweise ganz groß ist gut Ich weiß es nicht, dann habe ich mich gerade hier beruhigt, dann hast du denn gelacht, dann musste ich auch wieder lachen, dann habe ich mich wieder beruhigt, dann hat der Charlie umgeschrien, dann muss ich... Wie das wäre... Schaut eigentlich niemand die... ...Mateien hier...